Enes Tomonte schwärmt von seinem Liebesglück. Nur seinen zwei Damen scheint das Ganze irgendwie nicht zu gefallen. Ines und Mary Das sind die Damen an der Seite von Reality-Star Enes Tomonte. Der 48-Jährige ist mit Ines, 48, verheiratet. Mary, 30, ist seine Geliebte. Die Frauen hoffen auf ein Endepunkt. Gegenüber Bild verrät Ines, dass sie nicht sonderlich glücklich über die aktuelle Situation ist. Sie musste sogar Therapie machen, um Verständnis zu haben. Mary ist aber auch nicht begeistert. Die 30-Jährige hätte den TV-Star für sich alleine. Derzeit ist sie mit Enes Toh auf Urlaub in Kreta. Die meiste Zeit würde er mit seiner Frau und den Kindern verbringen. Sie hofft darauf, dass sich das ändern wird. Gleichzeitig hofft auch Ines, dass das Dreieck bald ein Ende hat. Ich glaube an uns und würde ihn niemals aufgeben. Enes Toh selbst spricht in der Vox-Doku wo die Liebe hinfällt über seine Gefühle. Ich kann keiner von beiden sagen, jetzt ist Schluss. Dafür bedeuten mir Ines und Mary zu viel. Das ist eine echte Dreiecksbeziehung, nicht nur sexuell, sondern eine tiefgehende Verbundenheit.